Bei einem Verkehrsunfall auf der A14 wurde am Sonntagabend eine Frau verletzt. Laut Polizei Westsachsen ist die 41-jährige Fahrerin gegen 17.30 Uhr bei der Auffahrt Leipzig-Ost von der Fahrbahn abgekommen und landete mit dem Pkw im Straßengraben. Warum die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren hat, ist derzeit unklar. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand die Fahrerin unter Schock. Sie wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Untertitelung des ZDF, 2020